Hallo zusammen und herzlich willkommen hier zurück bei CAN und zum neuen SCB News Alert. Ja, uns hat gerade eben eine Breaking News erreicht und zwar die Alpha 3.13 ist jetzt im Wave 1 PTU. Das bedeutet, der EvoCati Testerkreis wurde um die Welle Nummer 1 erweitert. Damit ist auch der NDA gefallen und man darf nun darüber berichten, wie das PTU so läuft. Ja, und damit haben auch Subscriber, Conciergebacker und ein etwas erweiterter, auch engagierter Backerkreis jetzt Zugang zu der aktuellen Alpha 3.13 und damit auch dem ersten Quartalsbatch hier bei Star Citizen. Ja, es ist noch ein Rough Build, kann man sagen. Man muss das also auf jeden Fall wissen. Es gab noch so einige Schwierigkeiten in der EvoCati-Phase und auch jetzt sollte man sich darauf einstellen, dass man hier eine frühe Alpha-Version, sozusagen ja eine Vor-Alpha-Version bekommt, denn aktuell befinden wir uns ja nicht auf den Live-Servern, sondern man muss den Patch im PTU, das heißt gesondert, über den Launcher herunterladen. Vorher müsst ihr auf eurer RSI-Seite in eurem Account dann das PTU sozusagen einmal kopieren, das heißt euren Account auf die Server des PTUs kopieren, damit ihr dann auch im Launcher Zugang bekommt. Dann könnt ihr das Update runterladen. Es ist ein relativ großer Patch, dauert also ein wenig, bis ihr soweit seid. Ja, dann haben wir ein ganz klassisches PTU insofern, als dass wir 15 Millionen Alpha-UEC direkt mal auf dem Account haben, um möglichst viel zu testen und dass wir wie immer in den Patch-Notes gesagt kriegen, was wir zu achten haben, beziehungsweise wo der Testing-Focus liegt, also das heißt, worauf sollen wir uns jetzt konzentrieren in dieser frühen Patch-Phase und natürlich zu gucken, was sollte man unbedingt vermeiden. Dementsprechend liest unbedingt die Patch-Notes. Guckt euch die in Ruhe an, die sind sehr umfangreich, sie werden auch von Patch zu Patch gefühlt umfangreicher, was bedeutet, dass es sehr, sehr wichtig ist, wenn man ins PTU geht und sich nicht unnötig frustrieren will, wenn man Dinge tut, die man einfach momentan nicht tun sollte, sollte man sich einfach mal einmal die Patch-Notes in Ruhe durchlesen. Das ist ein Spectrum-Thread, verlinkt natürlich hier in der Videobeschreibung und im Testing-Focus, wer hätte es gedacht, liegen eben die Sachen, die jetzt als größte Features bereits im Patch drin sind, zum Beispiel die neuen Höhleneingänge, die entsprechenden Missionen, die damit zusammenhängen, Ship-to-Ship-Docking, damit ist das Docking zwischen Constellation und Merlin gemeint, dann die neue Schild-Technologie, die Signed Distant Fields, die ganz wichtige neue Addition in Form des Reputationssystems, was man jetzt im Mobiglas findet, dann auch die Missionen, die dort neu zugekommen sind, wie zum Beispiel die Quantum Sensitive und Timed Delivery Missions, dann der Trolley, den es jetzt gibt, woran man das Tier 0 von sozusagen verrückbaren oder schiebbaren Items testen kann. Wir haben Mounted Guns, die jetzt an den Außenposten zu finden sind, die Force Reactions sind mit drin und dürfen auch gerne getestet werden und der Cyclone MT sollte im PTU jetzt wohl allen zur Verfügung stehen. Zumindest auf jeden Fall, die ihn gebackt haben, aber ich glaube, ich habe selber noch nicht nachgeguckt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr alle da Zugang habt. Das ist manchmal bei Vehicles so, manchmal auch nicht. Ja, ganz wichtig auch so, es gibt Inhalte, die sind hier noch nicht in diesem Patch drin und es gibt vor allem Inhalte, die werden auch in der Alpha 3.13 nicht vorhanden sein, sondern erst mit einem Zwischenpatch, also einem Nachfolgepatch kommen, dann also die sogenannte 3.13X und dort drin wird man dann die Hercules Starlifter finden, die C2 und M2-Version und außerdem wird der Nova Tonk, so wie der Panzer heißt, offiziell natürlich, wird also erst dort zu finden sein. Das heißt, die braucht ihr gar nicht in diesem Patch zu erwarten, die werden auch nicht später nachgepatcht. Außerdem eine relativ große Neuerung, die auch noch nicht in der initialen Alpha 3.13 drin sein wird, ist das Ship-to-Station-Docking, sodass größere Schiffe dann auch an Stationen andocken können. Das wird auch erst in einem Zwischenpatch im Laufe dieses Quartals released. Also danach braucht ihr sozusagen direkt schon mal gar nicht suchen. Die anderen Sachen könnt ihr, wie gesagt, sehr gerne testen und das sollt ihr dann bitte in euren Ergebnissen im neuen Issue-Council dann reporten. Es gibt hierzu auch einen Link, den sollte man sich direkt einfach mal abspeichern, gerade wenn man aktiver Tester ist und dementsprechend auch in der Wave 1 sich gerne bewegt. Und dann kann man hier den neuen Issue-Council kennenlernen, der jetzt auch mit dieser Alpha überarbeitet wurde und dementsprechend sich darauf freut, wenn ihr eure Fehler reportet. Wichtiger Blick dann in den Patch-Notes insgesamt auf die neuen Issues. Das sind wirklich wichtige Dinge, da könnt ihr euch sonst sehr mit frustrieren. Zum Beispiel die 100er-Serie von Origin funktioniert quasi momentan überhaupt nicht, weil man sie gar nicht steuern kann. Man darf die Trolleys nicht auf die Landingpads schieben, wenn ihr damit durch die Gegend saust, weil das Ganze sonst im Endeffekt damit enden kann, dass ihr gar nichts mehr tun könnt und nichts mehr zu kontrollieren habt. Ganz wichtig, sehr wichtig, wenn ihr Constellation und Merlin-Docking probiert, dann achtet ganz dringend darauf, dass die Constellation komplett zum Stillstand gekommen ist. Im besten Fall, wenn ihr euch noch ein bisschen bewegt, kommt das UI gar nicht, also taucht gar nicht auf. Im schlimmsten Fall ist das UI da, ihr bewegt euch dann irgendwie noch und dann explodiert ihr beide. Es passiert, glaubt es mir. Also von daher sehr vorsichtig damit sein, achtet wirklich darauf, dass die Constellation komplett ruhig im Weltraum liegt. Ja, dann denkt daran, dass es an der Stelle immer wieder zu Schwierigkeiten kommen kann, insbesondere wenn man Schiffe zum Beispiel benutzt, die Namensplaketten tragen jetzt. Da gibt es immer noch Datenbankschwierigkeiten. Es kann also sein, dass ihr, wenn ihr den Namen irgendwie ändert, dass ihr das komplette Loadout verliert und so. Also da ist es, dass es auch noch nicht so ganz zuverlässig war, bis zu vor kurzem auch noch ein relativ großer Blocker. Also da solltet ihr auch mit aufpassen. Und ansonsten lest euch den Rest einfach durch. Sehr, sehr wichtig, dass ihr wisst, what not to do sozusagen, was man tunlichst unterlassen sollte. Ja, wir haben dort dann auch die ganze Liste von den Features, die jetzt neu dazugekommen sind, wie jetzt kleinere Dinge, die unten erwähnt sind, wie zum Beispiel eben dann die neuen Asteroiden, die dabei sind, dass es neue Harvestables gibt, die drin sind, dass letztendlich auch ein Polish über das ganze Stanton-System gemacht wurde. Die neuen Room Overlays für die Refinery Stations, die Raffinerie-Raumstationen sind ebenfalls jetzt da und drin. Und es gab natürlich dann noch einige Veränderungen und Verbesserungen im Bereich des Law Enforcements und die neuen Subkomponenten für die Mining-Laser sind jetzt auch da in dem Patch enthalten. Ja, also wie gesagt, es gibt einiges, was man sich dort durchlesen sollte. Einfach zumindest mal einen Blick drauf werfen, damit ihr schon mal gehört habt, was letztendlich zu testen gilt und woran jetzt sich auch diese erste Testerphase sozusagen dann orientieren sollte. Ganz insbesondere natürlich, um darauf zu achten, nicht in irgendwelche Fallen zu tappen, wo man sich dann am Ende ärgert, dass die PTU-Session nicht so gut gelaufen ist und dann liest man, dass man das theoretisch hätte früher wissen können. Also wie gesagt, der Link ist in der Beschreibung. Schaut euch das Ganze an. Ja, von hier aus geht es dann wahrscheinlich Schritt für Schritt weiter mit den Erweiterungen der Wellen. Das bedeutet also, nachdem die Concierge und Subscriber, Backer jetzt dazugekommen sind, wird je nachdem, wie der Patch sich entwickelt und auch unter einer höheren Last von Spielern sich entwickelt, dann das ganze Tester-Spektrum erweitert. Erfahrungsgemäß in letzter Zeit waren die Zeiträume, in denen es in der Wave 1 geblieben ist, eher klein. Das bedeutet, dass ich damit rechne, dass innerhalb der nächsten 1,5 Wochen dann das Ganze auch weiter erweitert wird und mehr Wellen dazugeschaltet werden. Und dann sind sie meistens relativ fix dabei, auch alle freizuschalten für das PTU. Also ich sage mal so, wenn so eine Wave 1 gut gelaufen ist, dann ist es meistens nur noch ein kleiner Schritt oder maximal noch ein Zwischenschritt, dann geht es weiter. Aber wir gucken mal, wie der Patch sich entwickelt. Mir kam er zumindest zuletzt noch relativ instabil vor und jetzt muss man natürlich mal sehen, wie sich das zum PTU Wave 1 Patch jetzt hier verändert hat. Das ist ja jetzt schon eine weitere Version davon. Ja, und dann sind wir gespannt, was wir sonst so berichten können. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass es losgeht, dass die Ersten jetzt auch über Ostern auf jeden Fall die Möglichkeit haben, den Patch zu testen. Und alle weiteren werden sich noch ein bisschen gedulden müssen, aber dann, je besser der Patch läuft und vor allem, je mehr ihr auch dabei mithelft und reportet, desto schneller wird es dann auch für alle live geschaltet. Ja, in dem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei wart und zuschaut. Wir werden das Ganze uns natürlich weiter betrachten und dann bringen wir euch neue News und interessante Neuigkeiten zum Patch, sobald wir selber den Überblick haben und natürlich auch selber Neuigkeiten erfahren. Und dann freue ich mich, wenn ihr wieder einschaltet, unseren Channel natürlich abonniert und natürlich freuen wir uns auch über alle Kommentare und Fragen, die unter den Videos landen. In dem Sinne, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und ich verabschiede mich mit einem See you on the Flight Deck. Sawyer out.